In Teil 24 geht es um unterschiedliche Störungen bei der NF-Kappa-B-Aktivierung. Der klassische oder kanonische NF-Kappa-B-Weg wird durch eine ganze Reihe von Immunorezeptoren getriggert, wodurch die TGF-Beta-Aktivierte Kinase 1, TAK1, aktiviert wird. TAK1 aktiviert den trimären IKappa-B-Kinase-Komplex, der aus den katalytischen IKK-Alpha und IKK-Beta sowie der regulatorischen IKK-Gamma, andere Bezeichnung NEMO, Untereinheiten besteht. IKK-Beta wird dabei phosphoryliert. Der gesamte IKK-Komplex phosphoryliert Mitglieder der Inhibitor von Kappa-B-Familie wie etwa IKappa-B-Alpha und das IKappa-B-ähnliche Molekül P105. IKappa-B-Alpha assoziiert sich mit verschiedenen Dimeren von P50 und Mitgliedern der REL-Familie, REL-A oder C-REL, während P105 mit P50 oder REL-A oder C-REL verbunden wird. K48-Ubiquitine markieren entsprechende Proteine. K48 steht für Lysin an Position 48. Nach Phosphorylierung durch IKK stehen IKappa-B-Alpha und P105 für den ubiquitinabhängigen Abbau im Proteasom zur Verfügung, wonach Mitglieder der kanonischen NF-Kappa-B-Familie in den Zellkern transluziert werden können. Hier binden sie an spezifische DNA-Elemente in Form unterschiedlicher dimerer Komplexe. Im Gegensatz dazu hängt der nichtkanonische NF-Kappa-B-Aktivierungsweg von der Prozessierung von P100 ab, einem IKappa-B-ähnlichen Molekül, das REL-B reguliert. Der nichtkanonische NF-Kappa-B-Weg reagiert nur auf Signale einiger Mitglieder der TNF-Rezeptor-Superfamilie. Das sind ca. 40 verschiedene strukturverwandte zelluläre Rezeptoren, z.B. die TNF-Rezeptoren 1 und 2, CD27, CD40, Lymphotoxin, Beta-Rezeptor, OX40, Tachi oder Buff-Rezeptor, die alle die NF-Kappa-B-induzierende Kinase NIC aktivieren. NIC phosphoryliert und aktiviert IKK-Alpha, welches dann P100 phosphoryliert. Dadurch kommt es zum selektiven Abbau der C-Terminalen IKappa-B-ähnlichen Struktur von P100, wobei P52 entsteht. P52 kann zusammen mit REL-B in den Zellkern transluziert werden, wo nach DNA-Bindung entsprechende Zielgene von Zytokinen oder Oberflächenmolekülen transkribiert werden können. Die verwendeten Abkürzungen sind hier noch einmal erklärt. Welche Rolle spielen die NF-Kappa-B-Signalwege in T-Zellen? Naive T-Zellen werden über den T-Zell-Rezeptor und Co-Stimulation über den Co-Rezeptor CD28 aktiviert, wodurch der kanonische NF-Kappa-B-Weg in Gang gesetzt wird. Es kommt zur klonalen Expansion dieser T-Zellen. Aktivierte T-Zellen exprimieren verstärkt den T-Zell-Rezeptor selbst, aber auch eine Reihe von Molekülen der TNF-Rezeptor-Superfamilie wie CD27, CD30 oder OX40, die dann den nicht-kanonischen alternativen NF-Kappa-B-Weg aktivieren, nachdem sie Kontakt zu ihren Liganden auf Antigen präsentierenden Zellen gefunden haben. Die nicht-kanonischen Signale sind unerlässlich für die Generierung und Stabilisierung von Effektor- und Memori-T-Zellen. Effektor-T-Zellen sind in der Lage, spezifische Zytokine zu sezernieren. Biologisch sind vermutlich beide Aktivierungswege überlappend aktiv. Die Print-Version findet sich wieder auf der Seite der GPA-U. Hier sind auch weitere Grundbegriffe erklärt.